Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir checken JCC weiter ab. Kurze Informationen ab der nächsten Gruppe, also ab Gruppe D, werden wir alles in einem dicken Video machen, damit wir abcatchen können. Haben sich viele gewünscht und das macht auch Sinn und hat eigentlich vor allem nur Vorteile. Dann sind wir schneller durch, dann können wir abcatchen, haben längere Videos. Ich fühle sowieso längere Videos, weil man nebenbei immer essen kann und ich so ein faules Stück Scheiße bin und einfach, wenn ich irgendwie was esse, muss ich nebenbei was gucken. Deswegen fühle ich lange Videos, ja. Aber jetzt, weil wir die Gruppe schon angebrochen haben, werden wir jetzt noch MyZap, Jasper und die Bewertung getrennt machen, damit wir das clean haben und dann am Gruppe D ein großes Video, dass ihr Bescheid wisst, Freunde. Jetzt haben wir MyZap mit Stay Tuned, produziert bei 50 und da habe ich schon einige Nachrichten bekommen, dass dieser Track sehr, sehr gut sein soll. Hören rein, jetzt kommt. Oh, ist ein 50 Beat. Man hört, sagt, ist ein 50 Beat. Ist ein 50 Beat, Jungs. Bruder, ich schreibe Song für Song in der Nacht. Sieben Jahre Rap, über 1000 Tracks. Oh, ich liebe es, wenn er einmal über seinen Hassel rede, weil er wirklich hustelt. Kommt, halb geht, auch wenn der hier gerade bleibt. Rap ist Leben, fuck, ich sterbe für den Scheiß. Einmal. Jeder Kek kommt auf Textkeller, du's jetzt rein, Silben, ich schreibe Bestseller. Bruder, Fick auf Klicks, hängen im Rapkeller. Du mit Chips auf der Couch, so wie Jack Stella. All right, du mit Chips auf der Couch, so wie Jack Stella. Ich würde mal auf eine Pokerline tippen. Wer ist Jack Stella, Digga? Kommt nichts bei Google. Habe ich es falsch geschrieben? So wie Jack Stella. Bei Google kommt aber nichts von Jack Stella, Mann. Da kommt nichts. Ich hoffe einfach, JayJiggy hätte auch gegoogelt und nichts gefunden. Weil ich nicht unbedingt schlechter im Verstehen von Lines sein möchte, die irgendwas mit Popkultur zu tun haben, als JayJiggy. Aber gut. Wir werden weiter. Oh, im Hintergrund der Beat. Achtet doch mal auf den Beat, Jungs. Jetzt. Er rasiert gerade. Er rasiert alles, Freunde. Mein Bart verschwindet, während ich dieses Video gucke. ich merke es doch alter holy shit ist das gute und dann auch diese musikalischen elemente die reingepackt hat ein bisschen reingestreut bisschen streuselkuchen hat er mal streuselkuchen gemacht bisschen für uns wer ist dieser typ jungs ich vielleicht bin ich auch ein bisschen dumm ich check's nicht real talk man endlich spricht das man es hat mich immer abgefuckt schon mit diesem zielidin und so ist auch gute gern nochmals kill oh oh Heftig. Auch Stronger Hook. M.I. Alter. Digga. Kuss. Bruder. Ich freu mich jetzt schon auf Schwinds Analyse. Bruder, dieser Flow Change. Krass. Das ist krass. Was unterscheidet dich von den anderen der Mannschaft? Eure Mucke ist zu meinschlafen wie Kweilhut. Ich mach Mucke, bis ich sterbe, Bruder. Stay tuned. Kier ich dich mit der Popkart. Brügel seht wie ein Samstag. Was unterscheidet dich von den anderen der Mannschaft? Eure Mucke ist zu meinschlafen wie Kweilhut. Ich mach Mucke, bis ich sterbe, Bruder. Stay tuned. Gib mir ein bisschen mehr von der Pate kein Bett. Halt den Kreis klein, alles ran, bleibt fake. Ihr wollt alle killen, doch die Waffen sind fake. Ja, ich soll sie alle, mach die Tassen voll, gell. Krass. Hoppsname.mp4 sehen wir hier gerade. Ey, es freut mich. Es freut mich, dass dieser Song auf dem JPW-Kanal ist und so gut aufgenommen wird und dass M.I. gerade ein bisschen mehr Aufmerksamkeit mal bekommt. Für den Hustle, den er sein Leben lang macht, gefühlt. Für die guten Songs, die er Woche für Woche rausgehauen hat. Die niemand wirklich gesehen hat, leider. Und jetzt kriegen sie die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Heftiger Song, auseinandergenommen. Hoppsname. Zerrissen. Bam, bam. Boom, boom. Zack, zack. Alter. Sehr, 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 sehr krasser Song. Also, ich weiß nicht. Bis jetzt, die anderen beiden kommen nicht ansatzweise daran. Ich denke, er wird auf Nummer 1 gelandet sein in dieser Gruppe. Ich freue mich wirklich auf die Analyse von Julien, einfach um seine Reaktion darauf zu sehen. Und ich freue mich jetzt auch schon, die Reaktion von Jay und Jay Jiggy zu gucken. Und das muss was heißen, ja. Wenn ich mir schon Jay Jiggy freiwillig gebe. No front, ich schau Jay Jiggy sehr, sehr gerne. Ich schau eigentlich alles von Jiggy an. Freunde. Lasst mir eure Meinung gerne rein. Ich fand den Track so krass wie ich. Sehr, sehr rundes Ding. Komplett rasiert. Schöner Flowwechsel, schöner Style. Schöne musikalische Hook. Und 50 hat mit dem Beat einfach die perfekte Grundlage gelegt, ja. Lasst mich gerne eure Meinung wissen von. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns mal in einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer. Das nur noch oben, da würde ich mich gefallen haben sollte. Bis dann, bleibt fresh und ciao.